So, das esse ich heute. Und das ist für Paulchen. Ja, für Paule. Und das kam an von der Susanne. Ja, Paulchen, geht los! So, ab! Nein, was? Du kennst doch den Weg. Oh, siehste, geht doch mit dir. So, jetzt die Tür aufmachen. Nochmal auf. Fein. Aufpassen, dass ich hier ne Stolper. Aufpassen, dass ich hier ne Stolper. So. 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 sorts. So. 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 Vielen Dank.